Nun möchte ich noch Termine für die nächste Woche bekannt geben. Am kommenden Montag, 15.11. findet die 52. Montagsdemo um 18 Uhr statt, wieder direkt vor dem Hauptbahnhof. Heute in einer Woche, Samstag, 20.11. um 13.30 Uhr, gibt es eine Kundgebung und eine Demo unter dem Motto Wir klagen an, raus mit der Wahrheit. Schwerpunkt ist der Polizeieinsatz am 30.09. Die Musik kommt von Schweißfuß. Kommen Sie wie immer zahlreich zu den Veranstaltungen. In zwei Wochen, am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28.11., gibt es wieder Aktionstraining der Parkschützer. Anmeldung über www.parkschützer.de Hier werden die Grundlagen des zivilen Ungehörsams und rechtliche Fragen erklärt. Lokadetechniken und Handlungsmöglichkeiten werden gezeigt und geübt. Am Freitag, 3.12. findet im DGB-Haus ein internationales Solidaritätsfest gegen Stuttgart 21 statt. Und nun noch ein Hinweis in eigener Sache für die Gewerkschafter gegen Stuttgart 21. Liebe Kolleginnen und Kolleginnen, registriert euch auf unserer Internetseite. Macht mit, wir wollen doch schließlich mehr werden wie die Unternehmer gegen Stuttgart 21. Unsere Internetseite lautet www.gewerkschaftergegens21.de Alles in einem Wort, Gewerkschaftergegens21.de